Servus Leute, da sind wir wieder zurück mit Pokémon Omega Rubin. Ja, dieses Mal weiß ich, wie das Spiel heißt. Wer sich die erste Folge angeschaut hat. Gut, ich hatte zwar recht mit dem Namen, aber... Ja. So ungefähr war das. Wusste halt nicht mehr genau Bescheid. So, wo sind wir jetzt hier überhaupt? Wir sind jetzt in der ersten Stadt nach unserer Heimatstadt, vermute ich jetzt einfach mal. Hab gerade... Schwer keine Ahnung. Ich glaube, wir sind auch nicht mal die Route oben gewesen, aber lass uns zuerst mal in den Häusern vorbeischauen. Wir gehen jetzt einfach erstmal in alle Häuser rein, klauen den Leuten alles und... Okay, hier sind Leute. Während eines Kampfes können Pokémon manchmal Level aufstellen. Also, weiß ich doch. Starker Team geworden, also... Gut, wie üblich in Pokémon nicht wahr? Äh, sagen uns die Leute nichts Hilfreiches? Nein, okay, nur in der ersten Stadt ist das meistens so. Aha. Aber was auch in Pokémon meistens ist, ist, dass manche Leute dir etwas geben und deswegen spreche ich einfach über meinen Spielverlauf mit allen, die ich treffe. Nach Möglichkeit. Also, ich hab mal echt keinen Bock. Das werden wir dann sehen. Wenn ich sage, okay, die Person ist eine totale Hackfresse, dann lassen wir die vielleicht einfach mal aus. Fußspuren eines seltenen Pokémons. Und deswegen lässt du mich nicht dort hintergehen, oder wie? Arschloch. Der will das Pokémon selber fangen. Na gut, werden wir dann schon sehen. Äh, also, den ersten Kampf. Ja, ich weiß, wer als erstes kämpft, der als erstes in meinem Team liegt. Wir haben sowieso gerade nur ein Pokémon im Team, also... Supermarkt. Da könnten wir noch schnell reingehen. Wir haben zwar eine Menge Tränke geschenkt bekommen in der letzten Folge, glaube ich. Aber sonst nichts. Ich könnte ein paar Pogebälle gebrauchen. Na, wie schaut's aus, Meister? Hast du was für mich? Apropos, wo arbeitet eigentlich Jesus? Ich seh' ihn hier nirgends. Ach, egal. Also. Nur Tränke, ja? Ist ein Scherz, war? Na gut. Dann verkaufen wir dir ein paar Tränke, wenn du eh nichts anderes hast. Dann sollst du auch von uns nichts anderes bekommen. Wir brauchen sowieso keine elf Tränke? So viel haben wir geschenkt bekommen? Das ist ja der Wahnsinn, du. Wie viele Tränke braucht man am Anfang? Hm. Also mit fünf steh' ich bestimmt sehr gut da. Ah, ich glaube, mir würden vier auch reichen. Locker, ja. Erstmal sieben Tränke verkaufen, gleich mal tausend zusätzlich nehmen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Vor allen Dingen dann, wenn wir ein bisschen, äh, Pogebälle dann später brauchen. Davon brauchen wir mindestens zwanzigmal so viel. Ich weiß es nicht. Uh, da geht's ja schon wieder gut los. Das ist auch richtig kämpferisch. Kaum gehen wir ins Gras, schon haben wir wieder was. Schau, und genau für sowas hätte ich jetzt gerne einen Pogeball dabei. Ein Wingull. Weißt du eigentlich, was für eine tolle, Ergänzung das zu meinem Gagabor gerade wäre. Zumindest momentan. Ach, was soll's. Erstmal Pfund. Batsch. Das ist einfach so nett, wie Gagabor dem jedes Mal so eine Watschen reindrückt. So, watsch, batsch. Ah, einfach nochmal. Lohnt sich gerade schwer. Nice. Level 7. Level 7. Sehr schön. Ach ja, übrigens, äh, fällt mir ja jetzt gerade erst ein. Das merkt man natürlich jetzt, äh, wann ich das Ganze aufnehme. Es ist gerade ziemlich spät abends. Aber es war einfach den ganzen Tag nicht möglich, irgendwas aufzunehmen. Also haben wir jetzt schon mal eine Abendsicht. Ist vielleicht auch besser. Vielleicht finden wir gleich im Hohen Gras irgendwas, was man nur abends fangen kann. Wer weiß. Mal sehen. Absorber-Gagabor. Erstmal den Gegner so richtig schön auslutschen. Was hab ich noch letztens gesagt? Jetzt hab ich's wieder vergessen gehabt. Äh, natürlich darf ich zickzacks nicht mit Absorber angreifen. Was mach ich denn? So ein Käse. Da muss man Pfund einsetzen. Ja, jetzt ist es auch zu spät, weil er einmal Heule eingesetzt hat. Jetzt bringt's nix mehr. Wunderbar. Get your shit together. Los, Gagabor. Nochmal Absorber. Tschüss. Naja, wenigstens kriegen wir zwei KP und nicht nur eines davon. Beim nächsten Mal denke ich dran, das gleich richtig zu machen. Jawoll. Was sind zickzacks eigentlich für komische Wesen? So nervige Marder oder was auch immer. In Amerika erschießt man die, wenn man sie sieht. Ja, weil die einem die Bremsleitungen durchspeisen oder sowas. Gut, hier hab ich bis jetzt noch kein einziges Auto gesehen. Der Berg da ganz hinten im Hintergrund, ganz oben, sieht irgendwie seltsam aus. So, und das ist Maike. Wisst ihr was? Die hat uns noch nicht bemerkt. Ich würd mal sagen... Ich würd mal sagen, wir schleichen uns ganz langsam an sie an. Das hab ich nämlich rausgefunden, dass das jetzt neu ist und dass das geht. Hat nicht geklappt. Schade. Jo, hi. Oh, ich seh schon. Mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, was? Ja, stell dir vor. Das hat er. Warum auch immer. Einen besseren Grund, um gegeneinander zu kämpfen, gibt's nicht. Sag's, so ist das so. Ja gut, das stimmt. Die Grundregel der Trainer ist ja... Treffen sich unsere Augen, kämpfen wir. Hat inzwischen sogar der Anime übernommen. Kommt manchmal seltsam rüber. Uh. Sogar ne Pose hat sie. Oh yes, die Musik. Nostalgie. Okay, wie immer hat unser erster Gegner natürlich, äh, das perfekte Pokémon, um gegen uns klar zu kommen. Aber ich denke, das wird trotzdem werden. Erstmal einen Silberblick reinhauen. Damit sich dieses Flamdy so ein bisschen, äh, na, in die Hose macht vor uns. Ich mein, stellt euch das mal vor, wenn euch jemand mit silbernen Augen gegenüber steht. Schon ziemlich krass. Okay, ja. Ja, ein sehr, sehr starkes Flamdy. Ich hätte nicht gedacht, dass das gleich so viel abzieht. Und mein Pfund, das haut nicht so gut rein, wie ich dachte. Aber das macht nichts. Drei Watschen reichen immer. Pfund Gagamor. Oh ja, noch einen Volltreffer reinhauen. Ah, ich weiß nicht. Das ist irgendwie bei fast allen meinen Pokémon-Kämpfen so. Also, ich habe jetzt keine Möglichkeit, euch das zu beweisen. Aber die meiste Zeit ist es tatsächlich so bei mir. Immer dann, wenn ich einen Volltreffer kriege, brauche ich gerade keinen. Das ist entweder die letzte Attacke, die sowieso killen würde meistens. Oder wenn mal ein seltenes Pokémon kommt, das ich gerne fangen würde. Dann wird das meistens von dem Volltreffer getötet. Naja, wir werden sehen, wie sich das im Verlauf dieses Let's Plays noch so weitergibt. Noch so eine Pose. Eine Verlierer-Pose. Jetzt muss er sich nur noch hinlegen. Ja, ich weiß, dass ich ein Natur-Talent bin. Danke. Nein, ich halte hier in diesem Let's Play nichts von Bescheidenheit. So. Das war ein toller Kampf. Ja, also ich meine, bis auf das mein Gagamor dich nur dumm angestarrt hat und dir fünf Watschen oder drei Watschen oder wie viel gegeben hat. Und dein Küken nichts weiter getan hat, als zu kratzen. Ja, war ein toller Kampf. Warte mal eben. Ich heile unsere beiden Tiere. Oh, das ist nett von dir. Ich habe eine Absteu gegen das Pokémon Center. Mir kommt die Schwester Joy nicht ganz geheuer vor. Die sehen immer überall gleich aus. Das sind bestimmt geheime Nazi-Roboter, die die Welt versuchen, an sich zu reißen oder sowas. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater so viel vor dir hält, dass er dir sogar ein Pokémon gegeben hat. Ach, der gibt es nicht den nächstbesten Arschloch, der ihm das Leben rettet? Okay, gut. Du hast dein Pokémon noch nicht sehr lang, aber es hat dich schon total gern. Das ist... Das sagt doch alles. Ja, da... Ja. Gagamor ist halt genauso ein abgekochtes Arschloch wie ich. So ein abgekochter Bastard. So. Mit jedem wie dir... Äh, mit jemandem, wie dir will, bestimmt jedes Pokémon befreundet sein. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt ganz ehrlich nicht. Wir werden es sehen. So, ich bin mit meiner Forschungsarbeit fertig. Es wird langsam Zeit, ins Labor zurückzukehren. Komm, lass uns zusammen zurückgehen. Sagt sie und läuft mir davon. Warte auf mich, geheimnisvolle Hure. Ich weiß, wo es zurück zum Labor geht. Meine Fresse. Ich habe zwar wirklich einen sehr schlechten Orientierungssinn, aber gerade in so einem alten Pokémon-Spiel finde ich mich zurecht. Vor allen Dingen war das in diesem Fall nur eine Straight Line nach unten. Also nicht gerade schwierig. Jaja, ich bin da. Aha. Gott, haben die riesige Köpfe. Wasserkopfmenschen. Wie ich gehört habe, hast du Maike im Kampf besiegt. Ich bin beeindruckt. Sie hilft mir schon lang. Wisst ihr was? Ich glaube, ich fange jetzt an, den Leuten Stimmen zu geben. Ist ein bisschen spät, aber es macht nichts. Also, was hat der Professor für eine Stimme? Aber es kann gut sein, dass ich die nicht behalten werde, die Stimmen. Sie hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen und hat deswegen schon viel Erfahrung als Trainer. Hier. Diesen Pokédex hatte ich zu Forschungszeiten bestellt. Aber ich glaube, bei dir ist er besser aufgehoben. Yay. Schenk mir noch mehr von deinem Chat. Der Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch Daten zu allen Pokémon erfasst, die du siehst oder fängst. Maike geht nie ohne ihren aus dem Haus. Sie kommt mich oft bei der Feldforschung besuchen, wenn ihr ein seltenes Pokémon in den Pokéball gegangen ist, um mir den Eintrag im Pokédex zu zeigen. Auf dich warten Bewegungen, Begegnungen mit vielen Menschen und Pokémon und Natur, soweit das Auge reicht. Es würde mich sehr freuen, wenn sich dort diese Erfahrung und deinen Horizont erweitern würde. Jesus, man versteht nicht die Hälfte von dem, was der Professor labert. Und wenn du dabei noch fleißig deinen Pokémon füllst, äh, deinen Pokédex füllst, wäre das natürlich noch besser. Am meisten würde es mir über... würde es mir aber freuen, ja genau, unser Professor ist ein Ausländer, der kann nicht richtig Grammatik, wenn du mich... wenn du mir ab und zu besuchen kommst und mich zeigst, wie du vorankommst. Komischerweise hat er nur bei diesen komischen Personalproton Probleme. So. Ach, da bekomme ich gleich Lust, mir selbst sofort in die nächste Feldstudie zu stürzen. Er sagt, jetzt hast du also auch einen Pokédex-Blacklaser, genau wie ich. Das freut mich für dich. Dann kannst du die hier sicher gut gebrauchen. Hier, ein paar Pokéwelle und wilde Pokémon gefangen. Maike hat eine furchtbare Stimme. Ist ja nicht zu ertragen. Ich habe einen nützlichen Tipp für dich, als Anfänger. Pokémon, die in einem Kampf mitgekämpft haben, bekommen sogar den Erfahrungspunkte... bekommen sogar dann Erfahrungspunkte. Sage mal. Wenn du das wilde Pokémon, gegen das sie gekämpft haben, fängst. Aber das ist irgendwie auch logisch, oder? Der Trainingseffekt bleibt schließlich derselbe. Ach, übrigens, ich habe vor, eine Reise zu machen. Sobald ich hier fertig bin, verlasse ich Wurzelheim. Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen. Was ist für Bogen, wenn ich unterwegs begegnen werde? Geben wir beide unser bestes Blacklaser. Ja, ist okay. Kopf verzieht dich. Will dich nicht mehr hören. Ist ja grausam. Erst mal Ohrenkrebs bekommen. Okay, also, die wollen mich unbedingt auf eine Reise schicken. wollen mich unbedingt von meiner Familie und von meinem Haus trennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017